so redet er übrigens auch mit raus wir haben heute folgendes vor machen ein shooting ein fashion shooting dazu machen wir noch ein video dreh auch richtung so fashion style und so immer wenn ihr den fotografen ärgern wollt nützt sie dann fragen ob er euch was zeigen kann das model lächelt ja sehr schön und guck mal sinnlich so auf dem boden softbox reflektionslicht stative blitze was zu trinken und dann gehen wir los dort das ist die das ist die Mierlingeheide da waren wir schon einige male wir haben heute einen sehr sehr warmen tag wir versuchen mal das ganze durchzustehen die kamera brennt einfach schon wenn man so zwei minuten filmt wird schon brutal warm das ist der ort schaut mal wie es hier aussieht wir haben den sand wir haben jetzt eine geile sonne schaut mal wir gehen mal jetzt wieder zum willi und fragen den mal was der heute für ein setup setup aufgebaut hat wir haben hier position aufgebaut das heißt wir haben hier die softbox wieder aufgebaut um mehr kontraste zu erreichen hier noch mal ein von hinten da kommt die natürliche sonne und ja schau dir wie geht es da Musik Es ist immer geil, wie viele mit den Models alles schön, die Märchen. So redet er übrigens auch mit der Frau, mit den Bräuten beim Hochzeit-Shooting, das ist voll geil. Okay, normal. Mehr, 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 stärker. Ataquen, Willi. Vielleicht, vielleicht muss ich gut sein. Ich bin auf dem Pest. Oh, das ist auch schön. Es war so cool. Da, ja. Unser Shooting geht gerade zu Ende. Die Ergebnisse habt ihr ja schon gesehen, haben wir schon eingeblendet. Das heißt, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und bis bald.